Ja Pyro, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute gibt es von Leslie aus der Pyro Shopper Serie die Pada Bang Pada Boom, eine Neuheit 2019. Ich bin mega gespannt und jetzt viel Spaß. Fangen wir an mit dem A. Weiter geht es mit dem B, weil es ein bisschen schief steht. Richtig edler Effekt. Weiter geht es mit dem C. Die Standzeit von dem Gold ist richtig gut und jetzt machen wir gleich noch weiter mit den D. Viel Spaß. Die Standzeit ist einfach der Wahnsinn Jungs.